Ein kleines Feature dieser Homepage sind unsere neuen Steckpuppen, die wir symbolisch für unsere In-Punkter-Produkte für SAP definiert haben. Schauen wir uns doch mal im Überblick die Puppen an. Hier zum Beispiel der Bistus Scanner. Das heißt, mit ihm realisieren Sie ganz unterschiedliche Scanszenarien, zentral und dezentral. Schauen wir rein, was da drin steckt. Hier haben wir eine PDF-A-Konvertierung, wir haben SAP GUI-Integration, wir haben Archive-Link-Scanner. Wir haben Bearbeitung von Scannergebnissen, Bearbeitung von PDFs. Das heißt, einfacher geht Scannend in und mit SAP nicht. Und hier kommt der Bistu Viewer. Der Bistu Viewer ist ein ganz schlanker SAP-Viewer für die Darstellung von Bildern oder PDFs. Schauen wir rein. Das heißt, es ist ein SAP-Viewer, das ist kein externer Viewer. Das bedeutet, dass wir ihn über SAP steuern können. Das heißt, Buttons, die für die User verfügbar sind, die können hier aus SAP heraus kontrolliert werden. Das ist eine ganz andere Qualität als vergleichbare externen Viewer. Nehmen wir den Bistu Office. Wir haben hier ein Produkt, das bietet Ihnen eine bidirektionale Kommunikation zu und von SAP. Das ist das leistungsfähigste MS-Office-Integration auf dem Markt, welches das DVS-Konzept von SAP vollumfänglich unterstützt. Schauen wir mal rein. Sie realisieren hier quasi Dokumente mit Word-Vorlagen, die Sie in SAP verwalten, auch regelbasiert. Sie verändern Inhalte im Dokument, spielen das Ganze dementsprechend nach SAP zurück und starten daraufhin Ihre Prozesse. Sie archivieren businessrelevante E-Mails, und zwar zielgerichtet an den richtigen Objekten in SAP und vieles mehr. Das heißt, dieses Produkt bietet Ihnen eine Vielzahl von Integrationsmöglichkeiten in ganz unterschiedliche dokumentenbasierte Prozesse. Und das ist der Bistu-Document-Control. Das sieht ein bisschen streng aus, aber hier ist alles unter Kontrolle. Das heißt, hiermit gestalten Sie Freigabe- und Genehmigungsprozesse in SAP für Rechnungen, für Bestellungen. Schauen wir mal rein in dieses Tool. Das heißt, auf der einen Seite ist das für Spezialisten geeignet, genauso gut für Manager. Das heißt, wir können hier zum Beispiel auch komplett offline arbeiten im Flugzeug und so weiter, bearbeiten Sie Ihre Vorgänge. Und bei bestehender Internetverbindung werden die gesamten Daten wieder zurücksynchronisiert in Ihre SAP-Workflows. Er ist sehr übersichtlich, er ist einfach zu bedienen und eines der leistungsfähigsten Tools in diesem Gebiet auf dem Markt. Und hier kommt ein richtiger Erforscher, der Bistu Explorer. Mit ihm visualisieren Sie Informationszusammenhänge zwischen SAP-Objekten und deren Dokumente. Schauen wir mal rein. Das ist ein Tool, das Ihnen eine E-Aktensicht bietet, zum Beispiel Kundenakte, Projektakte, Auftragsakte. Das heißt, Sie visualisieren quasi diese Informationsstruktur. Der Bistu Explorer ist also sehr performant beinhaltet, Voransichten und integriert verschiedenste Viewer, die formatspezifisch hier eingebunden werden können. Einen leichteren Überblick auf die Dokumente in SAP, vergleichbar mit einem Windows Explorer in der Darstellung, gibt es nicht. Aber jetzt kommen unsere Serverprodukte. Hier zum Beispiel unser Bistu Archiver. Das Ablage- und Archivierungssystem für SAP. Schauen wir rein. Es sind all Ihre Archivierungsszenarien bereits abgedeckt. Er ist ultraschlank, basiert vollständig auf der SAP-Verwaltung und verfügt optional über einen Replikationsmechanismus. Im Rahmen von der Gesamtlösung ist er natürlich als revisionssicheres Archiv von unserem Wirtschaftsprüfer dementsprechend testiert. Sie können ihn zusätzlich erweitern um Kryptomechanismen und er ist natürlich ultraschnell installiert. Das heißt, schneller kommen Sie zu keiner SAP-Archivierung. Und zuletzt unser Arbeitstier, unser Massenverarbeiter, der Bistu Scan-Server. Das ist wirklich ein richtiges Arbeitstier. Das heißt, er verarbeitet Massenscans, er verarbeitet elektronische Daten und beinhaltet Barcode-Separierung, Imageaufbereitung. Sie können hier OCR- und ICR-Mechanismen quasi mit einbinden und realisieren somit zum Beispiel das automatische Rechnungslesen in SAP. Er konvertiert automatisch, realisiert Offline-Szenarien. Das heißt, er bietet Ihnen eine Vielfalt für die Realisierung Ihrer dokumentenbasierten Geschäftsprozesse.